Vielen Dank, Janif, dass du deine Sichtweisen und Erfahrungen mit uns geteilt hast. Vielen Dank euch beiden, dass ihr ein solches Projekt auf die Beine gestellt habt. Wir möchten mit diesem Video deutlich machen, dass es einfach nicht sein darf, dass jemand wegen seiner Religion ausgegrenzt, beleidigt oder sogar verfolgt wird. Ich hoffe, dass wir viele Leute damit erreichen werden und ihnen einen großen Einblick in das jüdische Leben in Trier geben werden. Geschichten müssen wachgehalten werden, damit nicht vergessen wird, welches grausame Schicksal vielen Juden widerfahren ist. Es ist die Aufgabe von uns allen, dass so etwas nie wieder passiert.